Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. Der immer eine gute Lösung hat. 2 mal 5 ist gleich 10. 2 mal 5 ist gleich 10. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. Der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. Der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. Der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. Der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat in unserem Kopf ist ein Rechenapparat in unserem Kopf ist ein Rechenapparat der immer eine gute Lösung hat. In unserem Kopf ist ein Rechenapparat